Willkommen zu einer neuen Ausgabe Martin gegen Excel. Heute möchte ich mit Ihnen ein kleines bisschen drucken. Und zwar habe ich hier eine recht große Liste. Ich scrolle mal wieder runter und dann wieder hoch. Und das möchte ich entweder zu Papier bringen oder als PDF speichern. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe auf Datei drucken und Sie sehen in meiner Druckvorschau, das sind nicht alle Spalten auf einer Seite. Und ich habe 15 Seiten. Dann kann ich hier Anpassungen vornehmen. Zum Beispiel, ich rolle mal das Pferd von hinten auf, Skalierung. Im Moment ist keine Skalierung angegeben. Wenn ich zum Beispiel sage, was hier ein bisschen blödsinnig ist, Blatt auf einer Seite darstellen. Viel zu klein. Passt nicht. Dann alle Spalten auf einer Seite darstellen. Ist schon ein bisschen besser und ich habe, wie Sie sehen, nur noch vier Seiten. Dann klicke ich hier auf Querformat. Und das Ganze sieht doch schon sehr ordentlich aus und ist auch überschaubar. Wie Sie sehen, auf der ersten Seite habe ich die Überschriften. Gehe ich aber weiter. Da habe ich keine Überschriften. Und haben Sie wahrscheinlich schon gehört oder Sie möchten das, dass Sie wenigstens die Überschriften auf jeder Seite wiederholen lassen. Das geht auch leider nicht hier direkt unter den Druckeinstellungen, sondern da muss ich jetzt wieder zurückklicken. Auf Seitenlayout. Ich klicke auf Drucktitel. Unter Drucktitel auf Wiederholungszeile oben und markiere dann den Bereich, so die Zeile, die wiederholt werden soll. Klicke dann auf OK und schaue mir das Ganze mit Steuerungstasten P in der Druckvorschau an. Und ich sehe, ich ändere mal wieder auf Querformat, das Ergebnis, die erste Zeile wird immer wiederholt. Das ist aber noch nicht ganz zufriedenstellend, denn wenn ich hier seitenweise klicke, dann habe ich rechts daneben immer noch irgendwas, was ich nicht gerne mitdrucken möchte. Um möglichst wenig Anhängsel irgendwo zu haben, die noch rechts daneben oder wenn Sie es andersrum drucken, oben, unten oder links sind, haben Sie noch folgende Möglichkeit. Ich klicke mal hier zurück. Wieder auf Seitenlayout, wenn Sie da nicht sind. Drucktitel. Und da ist der Druckbereich. Da klicke ich rein, markiere einfach von A bis G und klicke mal auf OK. Ich springe wieder mit STRG-P auf meinen Drucken. Wenn er Ihnen anzeigt, Seitenansicht anzeigen. Einmal draufklicken. Und Sie sehen, wenn ich hier weiterklicke, wir haben ja die Automatik benutzt, dass sich die Spalten anpassen. Es wird wunderbar untereinander gedruckt und jedes Mal mit der Überschrift. Dann kann ich noch ein wenig variieren. In diesem Fall wäre das wieder hier unter Drucken, das Hochformat einzustellen. So spare ich wieder Seiten von 11 auf 6. Das Ganze ist noch übersichtlich. Ich kann das Ganze noch wunderbar sehen. Und es sind immer noch alle Überschriften zu sehen. Entweder drucke ich das Ganze aus oder ich kann auch Speichern unter anklicken. Gibt dann den Ort ein, wo ich speichern möchte. Und unter Dateityp gebe ich dann einfach mal an. Sie sehen, Sie haben jede Menge Auswahl. Wo haben wir PDF? Da. Mal hinklicken. Geben noch dem Kindennamen. Obst und Gemüse 2020. Und speichern das Ganze. Und hier lasse ich das mal eben mit meinem Chrome öffnen. Und Sie sehen, er hat im PDF erstellt. Das genau so aussieht, wie ich das gerne haben möchte. Die Überschriften. Schön ordentlich. Alle spalten. Und so kann man das Ganze dann weiter erreichen. Ich danke fürs Zusehen und Zuhören. Wie immer wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich abonnieren und das Klingelchen anklicken und mir vielleicht sogar einen Daumen hoch geben. Und mich vielleicht unterstützen oder bei Fragen mich kontaktieren. Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.